Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, guten Mittag, wann auch immer ihr dieses Video seht. Wir spielen Rage Mode und mit dabei ist hier die Infinity Battle. Hallo. Die Sunny, die gerade auch hier stand, jetzt ist sie weggerannt. Hallöchen. Und der Herr Blaze, der da steht. Mir ist ein bisschen ein Ausschnitt gefallen. Warte, ich guck mal. Zu viel Info, Blaze, zu viel Info. In deinem Hals steckt's nicht. Sowas aber auch. Ey, die Map ist toll. Ja, ich kenn die nicht. Doch, ich kenn die, die hatten wir gerade schon mal. Ganz am Anfang. Das heißt ja nicht, dass ich... Wir haben schon mal ganz am Anfang. Wir spielen seit ungefähr drei Tagen hier. Ah ja, durchgehend online, ne? Durchgehend online! Bleib mal stehen. Ja, 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 ja. Ja, ist das was anderes. Ist das Rasermönisch? Das ist richtig. Rassamö-nisch. Rassamö-nisch. Mö-nisch. Besser als rassamö- ... Ähm. Pff. Hallo, wir haben eine u18-jährige dabei. Hallo, es ist um die USA, darf die gar nicht mehr hier sein. Also wenn die noch hier ist, muss sie über 18 sein. Ich krieg Jahre von Blaze and Rather ab. Das hatten wir doch schon mal. Ach ja. Äh. Also bitte diese Videos nur um nacht, äh, äh, nacht 21 Uhr gucken. Es besteht Gefahr, dass ihr sonst was lernt. Also nur schlechtes Zeug natürlich, aber das ist ja egal. Ich hab grad ein Auto für den Spieler gehalten, gut ne? Ist gut, ja. Du hast ja das Auto erschossen. Ja, ist tot jetzt. Komm Sunny, noch ein Stück weiter, noch ein Stück weiter. Sunny, komm raus, komm wieder raus, komm Sunny. Ich hasse dich. Wer hat mich erschossen? Das Arschkraft. Den hab ich eben gekillt. Ich hasse die alle, die Leute. Oh Mann. Dann ziehen die drei Stunden mit der Axt, ey. Das ist ja völlig bescheuert. So langsam, so langsam lässt die Konzentration nach. Ich kann einfach... Oh, leu, lau, 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 lau. Also mir geht's noch gut. Near New York, ah ja. Ich wurde nur in den Armen, die sind so nah ran gerannt. Hab sie nicht erschossen. Fass sie mich erschossen. Aber das heißt nur, near the jam. Wo treiben die denn alle rum? Wo treiben die denn alle rum? Also zwei sind auf dem Baum, zwei auf dem Klo, zwei im Pool, zwei haben eine Axt im Kopf. Mann, bleib doch mal stehen. Oh ja, wirf mir die Axt ins Gesicht, du Arsch. Da neben, Blaze. Mit der Axt lernen wir noch, ne? Mit dem Bogen lernen wir noch, ja? Komm her, friss meine Axt. Was? Oh, Bettelchen! Geh doch ins Bettelchen! Oh mein Gott, war der schlecht. War das jetzt ne Einladung zum Minecraft-Battle? Ne, er fürs Bettchen. Aber nicht bei mir. In dein eigenes. Für Minecraft-Battle so spät darfst du doch gar nicht mehr aufnehmen, da fangen wir ja jetzt erst quasi an um die Uhrzeit. Ich weiß. Außerdem mach ich kein YouTube. Oh, seit drei Jahrzehnten hab ich mal wieder einen Kill geschafft. Uhu, du bist zu epic. I hate him! Oh, das würde ich auch gerne mal wieder spielen, das allererste Unreal. Keiner mehr. Hat mich jetzt wirklich wieder jemand gemessert? It could happen, if you stand on the table and one could from unten kommen und ramme ein Messer in dein shitty face. Das hat mich ja von hinten ermordet, obwohl ich den Axt in den Hinterkopf schmeißen wollte. Mann, Sunny! Du, du, Sunny ist aber weiß nicht. Ja, so heiße ich. Nicht Achtmann Sunny, sondern Achtfrau Sunny heißt das. Mann, 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 Mann. Hier geht's ab. Oh, ein Bettelchen. Von der Seite. Guck mal, was Neues. Willst du jetzt vielleicht mal drauf gehen? Guck mal. I hate her! Sie ist ein fucking Skater! Oh mein Gott! Sie ist ein fucking Skater! Oh mein Gott! Wo kommt die denn her? Wo kommt die denn her? Alter, du wurdest in die Wand gepackt. Also bei mir zumindest. Ich? Keine Ahnung. Wer hat mich denn gerade umgebracht? Das war der Extrasheet. Das war der Extrasheet, der Wand-Verstecksheet. Ene Mähne-Elefant, ich verschwinde jetzt in der Wand oder so ähnlich. Ene Mähne-Elefant, da kam einer angerannt. Schlechte Reimen am Abend mit Rother Moon. Wär das was Neues. Am Abend? Guck mal auf die Uhr. Für uns ist das eigentlich Abend, ne Rother? Ist ganz normale Zeit, ne? Ganz normaler Schlafsgängszeit so, äh, eigentlich. Yay, ich fall durch die Welt! Ich auch! Aaaaaah, Ende! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Tschüss! Tschüss!